Weihnachtswelt-Bremerhaven Weihnachtswelt Bremerhaven Ah ja, da sind wir... Wieder... Das Wetter ist... ...cia. ...cia. Ausreichend schön. Ah ja, Dann wollen wir mal gucken, was uns erwartet. Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren und Kinder. Einen schönen dritten Abend wünschen Ihnen und Euch, Ihr und Eure Bremer Stadtsmusikanten aus Südbremen. Auch heute sind wir wieder bei Ihnen zu Gast mit unserer weihnachtlichen Sonderfassung des Grimmschen Klassikers. Tatsache, da ist ja noch einer unterwegs. Ja, frohe Weihnachten. Ich bin Oskar. Was machst du denn hier? Ich bin Benno, der Hund. Und jetzt gehst du mir besser aus dem Wege. Ich habe es verdammt eilig. Wow, wow, ja, wow, ja, ja. Ich habe schlechte Laune. Warum das denn? Mein Herr hat mich vom Hofe gejagt. Ja, warum? Er sagt, ich torge nichts mehr. Ja. Ich sei zu alt. Ja, zu alt, hat man ja auch gesagt. Ja. Nur, weil ich nicht mehr so gut hören kann. Ja, nein, hören kann ich doch sehr gut. Taub! Dabei hör ich doch alles! Wegen der schöne Bremerhaven! Warte mal, ist das das Bremerhaven, wo die Fishtown-Pinguins 5-1 gegen Schwenningen gewonnen haben? Hab ich von gehört! Mein Müller war ja Eishockey-Fan, aber da willst du hin? Das find ich toll, da muss ich auch hin! Und dort will ich mein Geld als Stadtmusikant setzen! Eine Katze? Ich hab kein Zuhause mehr! Warum das denn nicht? Meine Herrschaften haben sich eine neue Katze geholt! Eine neue? Oh, und das so vor Weihnachten? Oh! Ja und du? Weil ich keine Mäuse mehr fangen kann, meine Augen sind so schlecht geworden! Oh! Und dann haben sie mir keine Milch mehr gegeben! Keine Milch! Oh! Und dann bin ich weggelaufen! Ja, ja und du? Und jetzt weiß ich nicht, wo ich hin bin! Ja, ich bin Esel, du! Ich würd's auch nicht wissen, du! Ja, sag mal, wenn ich nicht... Kannst du eigentlich singen? Ja! Ja! Oh, jede Katze kann singen! Ja! Ja, das ist ja toll! Ich singe euch was vor! Ja! Dann nehmt ihr mich mit als Stadtmusikant! Ja! Es versprochen Huf drauf! Und hör mal, Winifred, wenn wir nach Bremen gehen, zu Bremen gehört ja auch Bremerhaven! Und da gibt es ja das Seefisch-Kochstudio! Hör mal, dann gehen wir nach Bremenhaven in das Seefisch-Kochstudio! Da kriegst du deinen Fisch nach Artes Hauses! Und dann kaufen wir unser Niedersachsen-Ticket! Vielleicht sind wir dann ja auch zu viert! Eeeh! 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 Was ist das denn? Ah, ich weiß! Das ist ein Pokémon Go! Hahaha! Pokémon Go, du! Ich hab das Nokia-Handy gerade erst auf dem Wunschzettel! Und ich hab das ja noch gar nicht! Und nun haben wir gleich so ein Pokémon Go! Eeeh! Ah! Kann ich nicht! Jetzt zu fern. Ich hab das rück stacks und wieder. Ich hab das schon gar nicht! Ich hab das ja noch gar nicht! Und dann zitten jetzt mal! Ich hab das ja noch gar nicht! Ich hab das ja noch gar nicht! Und jetzt ist das ja auch hier! Vielen Dank.